Wenn du Christ bist, wiedergeboren bist, den Herrn als Retter und Erlöser angenommen hast, dann lebt der Heilige Geist in dir. Du bist eine neue Kreatur, du bist ein neues Geschöpf. Der Geist Gottes hat in dir Wohnung genommen und das heißt sogar, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Weißt du, viele Christen wenden sich an andere Menschen, um Rat und Wegweisung für ihr Leben zu bekommen. Das ist eigentlich nicht das, was das Neue Testament für uns vorgesehen hat. Das Neue Testament sagt zu uns, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das bedeutet, dass du durch den Geist Gottes geleitet wirst. Der Geist Gottes lebt in dir und er will dein Ratgeber sein. Er will dein Tröster sein, er will derjenige sein, der dir sagt, wie es in deinem Leben weitergehen soll. Zum einen ist es natürlich gut, wenn man sich an Menschen wendet und sagt, hilft mir, dass ich in der richtigen Weise mit dem Herrn weiterkomme. Zum anderen ist es aber so, wenn du dich an Menschen wendest und sagst, sag du mir, was ich tun soll, dann ist das nicht in Ordnung. Du sollst lernen, der Stimme des Heiligen Geistes in dir zu vertrauen, ihr Raum zu geben, sie zu hören, immer mehr sie kennenzulernen und dann das zu tun, was der Geist Gottes dir sagt. Das ist das, was für die Gläubigen im Neuen Testament gilt. Weißt du, im Alten Testament war es anders. Da sind die Menschen zu den Propheten gegangen, die hatten eine besondere Beziehung zu Gott und haben gesagt, was soll ich tun? Aber im Neuen Testament ist es eine völlig neue Situation, im Neuen Bund. Der Geist Gottes lebt in dir. Du bist derjenige, der direkten Kontakt zu Gott hat. Jetzt ist es natürlich so, dass durch die Zerstreuung und den Überfluss an Informationen und Ablenkung und Unterhaltung wir häufig einfach nicht genug Zeit mit dem Herrn verbringen und seine Stimme nicht wirklich kennenlernen. Weil du hast zu viel, was sonst noch auf dich einredet. Beispielsweise durch das Fernsehen. Du sollst lernen, Zeit mit dem Herrn zu verbringen und seine Stimme zu hören und ihr zu vertrauen. Lauf nicht zum Menschen und erwarte, dass sie das für dich entscheiden, was du mit dem Herrn selber klären sollst. Verlass dich nicht auf Menschen, sondern verlass dich allein auf den Herrn. In der Bibel heißt es nicht, so viele durch Propheten geleitet werden, sondern es heißt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Du wirst durch den Geist Gottes geleitet und nicht durch andere Menschen. Ich wünsche dir, dass du das verstehst und dass du da hineinkommst und dass du der Stimme des Heiligen Geistes immer mehr Raum gibst, damit du wirklich von ihm geleitet wirst. Ich bin sicher, Gott hat viel, viel mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!